Hallo Leute, hier ist euer Musterganch, mein Name ist Rafael und willkommen zu einem weiteren Let's Play. Ähm, vielleicht können wir uns hier nicht so aufgeben. Genau, ähm, ja, wir sind Level 8 und unter Schwert zum Beispiel 8. Ähm, ja, ich muss sagen, das Spiel gefällt mir echt sehr gut, also ich werde auch hier im Spiel auch alles aufnehmen, was ich mache, also echt alles. Das ist, ich weiß echt nicht, wie ich das nennen soll. Ihr wisst aber, was ich meine. Ah ja, genau, wir bekommen ja hier zu Geschenke. Ah, genau, das war das. Okay, habe ich ja schon bekommen, oder was? Ah, ich habe schon bekommen, machen wir mal auf. Oh, wir haben so ein kleines Ding bekommen, nice. Wir haben da so ein ganz kleines Ding hinbekommen. Und dann mal sehen, wo wir hin müssen. Ich finde das so genial. Und ja, ihr wisst, was ich meine. Ich finde das echt komisch. Ja, das Spiel macht echt Spaß. Das ist so Art Nostil, aber ich finde es etwas besser sogar. Ich weiß, ob das hier Flügel gibt. Ich würde es echt nicht schlimm finden, wenn es hier nicht geben würde. Ähm, nur sei, gewundert es euch jetzt nicht. Oh, wir müssen mich jetzt killen. Ähm, die können wir wieder raus. Da. Damit? So, jetzt muss man mal ein bisschen mehr fangen. Ah, damit können wir so gehen. Okay. So. 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 manchmal ist das thema schnell und mal langsamer ich verstehe ich woran es liegt ob das schneller langsamer wird rechte bett hat nicht alle die kunste bachsäge schau sie zum beispiel langsam stehe ich nicht ganz oder steht alles ach so wenn wir 80 kürzester max 8 bringen interessant was macht ist okay irgendwas macht ist ein grünes haben wir mal wieder alles abend ich finde es so geil diese animation ich hoffe das ist jetzt besser mit der stimme sieht man so hat ja so hart leckt also hoffe ich mal ja nur so ich nehme sehr viel jetzt auf einmal auf weil ich will spiel auch mal spielen und ich habe gesagt dass ich alles aufnehmen werde wir haben da was bekommen bei rüstung jetzt angezogen haben dieses geräusch ist habe eigentlich schlecht was ich jetzt gar nicht gelesen schade der bilder aufruhr voraus okay interessant wir haben da was klasse können wir einfach jetzt eine andere klasse was ist das sie wie ein flammenschlag aktivieren ja haben wir uns mal sagen doch schon das handelt gar nicht oder schon ein bisschen durcheinander hier wir können jetzt einfach jetzt wechseln wir wollen die magie oder zu schützen war nur das einfach mal oder genau da können wir jetzt ach so ok da hat auch was ganz anders jetzt schützt werden wir wir wechseln was man fangen wir auf anseln so war schon ob ich ok da müssen wir uns dahin tun müssen wir später noch mal auf 9 waffe haben wir also das ist ja schon besser das wechselt sich das equipment wechselt sich automatisch gleich schaut damit gleich das equipment nicht schlecht nicht schlecht wir helfen wir sind erst der beachtung wir können einfach die klasse einfach weiter level und das bin ich habe jetzt gerade sehr hilfe beim bekemmterrasen und gründöcher macht spaß so ein aggro von ihm das schon wäre schon fies so wir haben ja noch ein paar skills äh 1 2 den ich wieder nach der hinktun hätten wir ja gucken was der so macht wieso bitte wir holten jetzt bekomme ich was so level 9 man kann einfach durchwechseln also man muss nicht unbedingt wie gesagt eine klasse spielen schaut die lebe 2 jetzt nochmal den wieder geht das wechsel ich gehe dieses wechsel wieder wechseln schon einmal wechseln ja wir können einmal wechseln wir haben dann einfach das gleiche schwert genau die skills haben wir gleich mal sehen das schwert habe ich ok sieht das ist echt cool also wir sind jetzt level 9 jetzt können wir das hier weiter level ich mache das jetzt einfach so ich wechsel dann immer ein bisschen magien so dass die anderen auch noch ein bisschen mit ab mit level weil sonst ich habe keine spieler spielen schade weiß glaube ich das zahlen wahrscheinlich brauchen wir das für irgendwas ich will das spiel echt total nice schwärme vom spiel einfach nur was aber so geil gemacht ist es macht wirklich spiel einfach das ist echt geil gemacht man klickt einfach mal läuft direkt so und man mal machen mal probieren wieder so ist wie sie also nichts besonderes ach so wir müssen diese ach so ein bisschen mehr nehmen hat was 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 ok die von alle um die bäume das habe ich noch mal auf den deshalb hier mal sehen kam mir haben ja sogar das geht es so ja schon weiß muss ich sagen wollte ich wollte dass ich vielleicht in den videos immer über die thema rede wenn ja dann sagt mir mal über was mit thema ich kann mich mal reden soll natürlich werden die nächsten zwei drei folgen wahrscheinlich nicht so weil ich da da wahrscheinlich ja ich werde mal zocken und ich würde euch alles sagen was ich mache ich glaube das sind unsere level hier das gelbe oder charakter xp und krassen xp ok ich finde das echt gut aber ich glaube das ändern wir um das war noch 60 prozent ist besser weil ja weil wir bekommen ja noch noch dort noch damit schon so ein bisschen mehr hp habe ich jetzt ja wir lassen mal 60 prozent oder 65 für besser 65 prozent genau ich glaube bis jetzt haben wir 100 zu tränke ok ich habe mal los da kommt in diesem riesenstein zu daten haben wir haben wir mal geld durch das spiel kann sound ist irgendwie ist das weg also ja ich habe das spiel echt empfehlen spielt es echt so ähnlich wie noch so finde ich ich weiß jetzt nicht ob man hier abwägen kann aber im style her und so ist es echt ich finde sogar besser vom style her als nostik aber es soll nicht bedeuten dass das scheiße ist so ist das gegen den eigenen tag kämpfen und dann noch was würde euch stören wenn ich eine halbe stunde immer so videos mache oder eher nicht aber es muss erst mal sehen ich bin verwirrt ich bin verwirrt ich kann uns wohl was jetzt ich zeige ihnen was sie so kann sie schnappen wegen uns das ist immer so ein fünnischer alles gleich verstehe ich bin doch jetzt gerade die siegbar nicht war jetzt nicht marissa anzufassen okay ganz genau wacke ist nicht ich bin mir gerade verwirrt oder so also das macht sie interessant oh wir sind schon level 9 nein nein ja okay wir können jetzt machen wir haben ihn jetzt irgendwie besiegt ja ja wir haben ihn besiegt und wir sind level 10 dank der hilfe teil kommt bald für den berichten wir warten nach dieser anstrengung der kampf steppt sich zurück ja ist nicht riesen was genau stand mal ich hätte mir jetzt irgendwas bekommen oh mein gott was ist denn das jetzt es ist eine karte gemacht und gut sein soll er ist eine so okay okay ach so für können sie rufen Das ist ja so wie Partner SP oder? Und das ist richtig, ich will das irgendwie hier. Ähm, was macht denn das? So sagt man, okay. Dann wird es ein paar neue Sachen jetzt bekommen. Müssen wir öffnen das für, da und da zu. Äh, das brauchen wir nicht, was so ist. Wie krass geht's? Ähm, der ist gerufen. Wir können gleichnamige Ausrüstung verwenden, um Fusion XP zu halten, erhöhte Fusionsgrade Ausrüstung, um sie zu verstärken. Wir können auch fusionieren. Mal probieren. Aber wie geht denn das? Zielausrüstung? Achso. Ah, wir können auch fusionieren. Interessant. Okay. Okay. Äh, wir probieren erstmal das nicht aus. Okay, wir haben die jetzt ausgelöst. Ähm, totalen. Mhm. Ich kapiere jetzt nicht so. Ultimate Skill und das sind die normalen Skill. Okay, interessant. Ich verstehe aber noch immer nicht, warum da kein Drohnen im Spiel ist. Guck hier, es geht los. Ist echt komisch. Okay, wir müssen wieder rein. Ja, ich komme. Okay. Wir sind oben. Aha, wir fangen es damit. Ich glaube, das ist jetzt nur so eine Story. Ähm, da wo die Online-Charakter sind, sieht man noch nicht, weil, keine Ahnung. Hm. Ich hab zu Volk, das ist da vorne. Alpenheim. Ich dachte schon, Alheim. Zumindest so, da online. Ja, okay, Leute. Ähm, das war's jetzt auch mit dem Netzblecher. Ich hoffe euch... Ach so, man kann sie so rufen. Gib sie ganz... Ach so, damit sie es aktiviert, wenn sie sagt, die Ziele an. Ich aktiviere sie nicht. Nichts meine Ende im Umkreis mit Sternengewalt. Okay, dann trof ich sie. Da, damit bleibt es ja, was ist das. ach so das sind andere ich verstehe ja das war es auch mit dem netzteil ich hoffe euch hat ja gefallen und hier auch viel spaß am zocken machst du ich hab's auch und bis zum nächsten mal